In der letzten Woche, dass ich die Lampe an darf. Ich würde es tun. Ich fülle mich, ich fülle mich, ich fülle mich. Ich fülle mich, ich fülle mich. Ich fülle mich, ich fülle mich. Ich fülle mich, ich fülle mich, ich fülle mich, ich fülle mich. Ich fülle mich, ich fülle mich. Ich fülle mich, ich fülle mich, ich fülle mich, ich fülle mich. Ich fülle mich, ich fülle mich, ich fülle mich. Ich fülle mich, ich fülle mich, ich fülle mich. 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 Ich fülle mich, ich fülle mich, ich fülle mich, ich fülle mich. Seine Durchschnittsgeschwindigkeit betrug 108,1 kmh, 108,1 kmh. Zweiter war die 93 James James, diesmal 5 Punkte für den 19-jährigen Dritten. Beide Fahrer haben jetzt 11 Punkte. Dritten in die Stadt Nummer 20 James und 11, beide sind umgleich. Dritten in die Stadt Nummer 20 James James. Dritten in die Stadt Nummer 20,8 kmh. Wir haben uns wieder richtig rein. Und eine absolute neue Tagesmesszeit, 109,40 kmh für Martin Smolinski, 109,4, absolute Bestzeit. Hier starten im grünen Helmby 22 Andrew Ableton, im gelben Helmby 42 Stefan Katt, im rot-weißen Helmby 52 Janik De Jong, im roten Helmby 84 Martin Smolinski, im schwarz-weißen Helmby 93 James James, im weißen Helmby 94 Dirk Fabrik. Die Polizei ist im grünen Helmby 34 Janik De Jong, im roten Helmby 94,5, absolute Bestzeit. Das ist natürlich ehendlich. Und letzte damit entscheidende Lauf in der internationalen Lizenz-Solo-Klasse-Gruppe. A, Singer die 84, Martins Rollins gibt für ihn weitere 6 Punkte, macht insgesamt 23 Punkte und damit hat er Passpunkte-Maximum, auf jeden Fall ist er der Tagessieger in der Gruppe A. Herzlichen Glückwunsch. Und eine Traumzeit nochmal zum Abschluss für den Vorming. 110,3 kmh, 110,3 Stundenkilometer. 2,23 Punkte auf dem ersten Platz, heute hier auf dem Leine-Lieberring, Martin Schulinski. Applaus Ja, wir haben auch jetzt verraten. Der Sennstück, einige drei Tages Alle, die sieben besten 바로 aus der Gruppe A und der Gruppe B, die erst eben auch den Kun78 gesehen haben oder noch Ingermeier 3 Punkte. Der Holländer hat insgesamt neun Punkte. Vierter, die einunddreißig. Tennishilfe zwei Punkte, insgesamt vier Punkte. Fünfter, die drei.